So, jetzt waren wir die Big Bang Terrorie. Seht ihr mich überhaupt? Ihr seht mich überhaupt nicht. Ey Leute! Seht ihr mich überhaupt? Ach, gut, wenn man noch nicht gesehen wird. Die hat doch noch eine Lampe hier. Ich sagte, die Kamera hat an sich auch eine Lampe. Die hätte mir jetzt nicht gebrannt. Doch, die hätte mir jetzt voll ins Gesicht gucken können. Ja, guck mal, die Hände. Wahnsinn, da bin ich sogar grün. Ja, wir waren jetzt auf der Mondsuche. Wir haben hier eine auf Urknalltheorie gemacht. Wie sehe ich denn jetzt aus? Volle Leute grün. Also da drüben war der Mond. Ich habe irgendwie die Nachtdinges an. Ich sehe so komisch aus. Ja, das ist veröffentlicht. Die Nachtaufnahme bei YouTube. Das wäre doch was. Hier habe ich da was falsch eingestellt, aber ist mir egal. Die YouTuber wären mir hier. Warte mal da hinten. Auf der Suche nach dem Mond. Wir sind hier mitten auf der Straße und suchen den Mond. Ich meine, wir haben den Mond gefunden. Alle gucken uns an, aber wir gucken die auch an. Ja, ja. Und tschüss. Tschüss, Mann. Tschüss, Mann. Oh, ja. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich kann nur eben nicht immer ruhig halten, das ist mein Problem. Wenn du das Ding ganz einfach so draufstellst. Ja, hab ich ja vor. Aber die pinnen ja auch an. Der nervt. Nein, egal. Nein, gut, für mich ist das Glück zum Fotografieren, aber die Aufnahme ist ja nicht schlecht. Die darfst du mir gerne gleich mal mitbringen. Ja, sehr. Aber jetzt muss ich wieder erfinden. Ach komm, gezielt, ey. Vielleicht sollte ich doch einfach mal die Kamera holen. Hol doch einfach. Weil ich hab mir jetzt raus vom Range war. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. 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 Wow. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ARD Text im Auftrag von Funk Ich sehe keinen Alien, schade. Das wäre doch was. Ich würde hier so einen Alien erfinden, aber echt. So eine fliegende Untertasse. So eine fliegende Untertasse. So eine fliegende Untertasse.